Köln, Köln. Ich war letztens in Köln unterwegs, kamen mir so zwei Jungs mir entgegen, so etwas jünger. Die sahen so ungefähr gleich aus. Air Max, Jeans, Bomberjacke. Beide so mit Hund dabei. Ich so, ey, ihr seid voll die harten Ausländer, wa? Die so, ja, ja, wir sind voll die harten Ausländer. Ich so, ja, cool. Woran kommt ihr? Der eine sagt, ich komme aus Marokko. Ich so, cool. Der andere, aus der Türkei. Ich so, ja, cool. Guck mir die so genauer an. Ich so, ey, ihr seid ja keine Ausländer. Guckt euch an, Ohrringkette. Weißt du, wer in Marokko mit Ohrring und Kette rumläuft? Frauen, Alter. Frauen. Und du. Und du mit deinem Hund, Alter. Weißt du, wer in der Türkei mit dem Hund rumläuft? Andere Hunde, Alter. Können Sie, das ist keiner. Das ist keiner. Ey, ich muss zugeben, es ist nicht wirklich passiert. Ich bin auf die Jungs zugelaufen. Einer, der Hund hat angefangen zu knoten. Ich habe einfach die Seite gewechselt. Ja. Ich bin有一 nicest. Ich bin allgemein. Wo ist denn. Wo ist denn. Wo ist denn. Wo ist denn? Ja. Und wo ist denn شي� who ist denn? Wo ist denn nach wögel? Untertitelung des ZDF, 2020